Jetzt scheint es gar keine Zweifel mehr zu geben. Die Popsängerin Sarah Lombardi wurde zusammen mit ihrem neuen Verehrer Michael gesichtet. Gemeinsam mit ihm und dem einjährigen Alessio feierten sie einen Karnevalsumzug und wirkten dabei schon wie eine kleine Familie. Definitiv nicht zur Familie gehört Piedro Lombardi, der diese Aufnahmen sicher erstmal verkraften muss. Auch er hätte die Karnevalszeit bestimmt gern mit seinem Sohn verbracht.